Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. In den letzten beiden Videos habe ich Dir gezeigt, wie Du die Osminian Direct Flow Umkehrosmoseanlage mit Remineralisierung und pH-Wertanhebung einbaust und vorher das Ganze drumherum, das für den Betrieb eines solchen Wasserfilters notwendig ist, wie T-Stück am Eckventil, Sedimentfilter, Aquastop, Abwasseranschluss und Nachmineralisierung installierst. Außerdem, wie Du mit den Schläuchen einfach eine dichte und variable Wasserversorgung herstellst. Nachdem Du und Deine Lieben nun eine Weile das saubere Trinkwasser genossen habt, solltest Du Dich mit dem Wechsel der Filter vertraut machen, da diese das zentrale Element Deines Wasserfilters darstellen. Die Osminian Direct Flow gibt Dir an ihrer einfachen Benutzeroberfläche Hinweise, wann die Filterlebensdauer erreicht ist. Diese Status-LEDs leuchten im Normalfall blau, welches bedeutet, Du kannst Dich entspannen. Wenn eine LED rot blinkt, heißt das für Dich, denk langsam an die Bestellung eines neuen Filters. Leuchtet eine LED andauernd rot, solltest Du diesen Filter erneuern. Bitte beachte, dass die Filterlebensdauer durch Deine Wasserqualität vor Ort und die Häufigkeit der Benutzung des Gerätes variieren kann. Um die Filter der Osminian Direct Flow zu wechseln, ziehst Du den Netzstecker aus der Steckdose, sperrst die Wasserversorgung am John Guest T-Stück, lässt oben am Wasserhahn den Druck ab und nimmst den Frontdeckel vom Gerät. Ich halte Lappen oder Haushaltsrolle bereit, da bekanntlich immer etwas Wasser austritt. Mit ein oder zwei Händen drehe ich die Kartusche 90 Grad nach links und ziehe sie aus dem Gehäuse. Das mache ich zum Zeigen mit allen Kartuschen. Aha, hier kommt das Wasser. Im Gehäuse sind auch ein paar Tropfen, die entferne ich auch. Ich baue die alten Filter wieder ein, weil das Gerät neu ist und die Filter nicht verbraucht sind. Die neuen Filter kommen in einer Verpackung, die Du natürlich vor dem Einbau entfernen musst. Es kann auch sein, dass über den Anschlussstutzen der Filter Kappen oder Aufkleber zur Versiegelung der Filter sind. Diese musst Du natürlich auch entfernen. Jetzt stecke ich die Filter wieder ins Gehäuse und drehe sie um 90 Grad nach rechts, bis sie wieder einrasten. Ich wische noch ausgetretenes Wasser auf und stecke den Frontdeckel auf die Osminian. Jetzt stelle ich die Wasserversorgung wieder her, indem ich das John Guest T-Stück wieder öffne und stecke den Netzstecker wieder in die Steckdose. Es steht auch dran, aber zur Sicherheit zeige ich Dir, welche LED welchen Filter meint und wie lange diese im Normalfall halten. PPC ist der Vorfilter, Lebensdauer 6 Monate oder rund 2000 Liter. RO ist die Osmosemembran, Lebensdauer 24 Monate oder rund 7500 Liter. TCA ist der Nachfilter mit pH-Wertanhebung auf ca. pH 7,5, Lebensdauer 12 Monate oder rund 4000 Liter. Hast Du das Minerade-Shuttle angeschlossen? Dieses sollte alle 6 Monate gewechselt werden. Wenn Du einen Filter gewechselt hast, musst Du der Maschine sagen, welchen Du erneuert hast, damit das innere Zählwerk, natürlich ein digitales, auf 0 zurückgesetzt wird. und Du, vor dem nächsten Filterwechsel, von der Maschine daran erinnert wirst, den Filter zu wechseln. Ich drücke die Reset-Taste so lange, bis die blauen LEDs erlöschen und nur noch eines blinkt. Jetzt kann ich durch nochmaliges Drücken der Reset-Taste den Filter auswählen, den ich erneuert habe. Sagen wir mal, ich habe den TCA-Filter erneuert. Ich wähle diesen aus und halte wieder die Reset-Taste gedrückt, bis die LED aufhört zu blinken und sich alle LEDs wieder einschalten. Nochmal zur Erinnerung, nach einem Filterwechsel, lasse ich das Wasser 10 bis 20 Minuten laufen. Eins noch, die zweite Taste, Flush bedeutet spülen, die Osminian Direct Flow spült sich automatisch, zum einen, wenn Du sie einschaltest und zum anderen erzähle ich Dir nicht mehr, denn das macht sie automatisch. Wenn Du willst, dass das Gerät sich innerlich spült, drückst Du einfach diese Taste. So, ich bin der Michi und Du warst im Ako-Zentrum. Lies Dir gerne auf der Webseite das Handbuch durch, da findest Du noch mehr Informationen. Und da findest Du noch mehr Informationen. Ja, schnitzt du noch mehr Informationen. Vielen Dank.